Der 56. Ballon d'Or wurde für das Jahr 2011 zum zweiten Mal gemeinsam von der Zeitschrift Franz Football und dem Fußball-Weltverband FIFA unter der Bezeichnung FIFA Ballon d'Or verliehen. Zum fünften Mal wurde damit der weltbeste Fußballer des Jahres ausgezeichnet. Nachdem die drei besten Spieler noch ohne ihre jeweilige Platzierung auf dem Podium bereits im Dezember 2011 veröffentlicht wurden, wurde am 8. Januar 2012 am FIFA-Sitz in Zürich das Endergebnis bekannt gegeben. Gewinner des Ballon d'Or 2011 vor der Leine Messi insgesamt bereits zum dritten Mal nacheinander vor Cristiano Ronaldo und Javi. Abstimmungsmodus Verliehen wurde der Preis von einer Jury, die sich aus 147 Nationaltrainern, 143 Nationalmannschaftskapitänen und 154 Fachjournalisten zusammenhält. Jeder von ihnen vergab an drei Spieler aus einer von der Franz Football-Redaktion und der FIFA gemeinsam vorgegebenen Liste 5-3 bzw. einen Punkt. Dabei sollte die Leistung der Spieler im gesamten jeweiligen Kalenderjahr gewürdigt werden, da die drei Gruppen von Abstimmenden unterschiedliche Wählerzahlen aufweisen. Die Voten dieser drei Wahlkollegien aber je exakt ein Drittel des Gesamtergebnisses ausmachen sollen, wurden die absoluten Punktzahlen anschließend in Prozentangaben umgerechnet und so veröffentlicht. Ergebnis Von den nominierten deutschen Spielern war Mesut Özil als Elfte am besten platziert. Thomas Müller belegte den 13. und Bastian Schweinsteiger den 15. Rang Statistik Insgesamt war das Ergebnis an der Spitze in diesem Jahr so eindeutig wie selten zuvor. Das gilt auch für die Voten den beteiligten drei Gruppen von Juroren, bei denen jeweils Messi, Ronaldo, Javi und Iniesta in dieser Reihenfolge die ersten vier Plätze belegten. Hinsichtlich der Rangfolge der restlichen 19 Kandidaten gab es aber erwähnenswerte Unterschiede. Bei den Journalisten folgten auf den Rängen 5 bis 8 Suarez vor Rooney, Neymar und Forlan, bei den Nationaltrainern stand Rooney vor Forlan, Eto'o und Casillas und bei den Nationalmannschaftsspielführern lautete die Platzierung Eto'o, Casillas, Rooney und Snyder. Voten aus den deutschsprachigen Ländern im Detail Deutschland Karl-Heinz Wild, Joachim Löw, Philipp Lahm, 1. Messi, 2. Javi, 3. Cristiano Ronaldo, Lichtenstein Ernst Hasler, Hans-Peter Zauk, Mario Frick, 1. Messi, 2. Javi, 3. Cristiano Ronaldo, Luxemburg Didi Hegel und Christophe Nadin, L. Lucie Holz, René Peters, 1. Messi, 2. Javi, 3. Iniesta, Österreich-Walter Kovac-Schwarz, Marcel Koller, Marc Janko, 1. Iniesta, 2. Cristiano Ronaldo, 3. Javi, Schweiz-Pierre Aladupi, Ottmar Hitzfeld, Gökhan Inler, 1. Messi, 2. Cristiano Ronaldo, 3. Javi, nominierte. Ende Oktober wurde der 23 Spieler umfassende Kreis der Kandidaten bekannt gegeben.